Träume haben die Menschheit seit Jahrhunderten fasziniert. Viele Kulturen glauben, dass Träume ein Tor zum Göttlichen sind, ein Weg für das Universum, mit uns zu kommunizieren. Von den alten Zivilisationen bis hin zu modernen spirituellen Praktiken werden Träume als wichtige Indikatoren für das, was in der unsichtbaren Welt geschieht, angesehen. Wenn du die Bedeutung hinter diesen Träumen verstehst, kannst du dich darauf vorbereiten, die Segnungen zu empfangen, die das Universum dir schickt. Hier sind zehn Träume, die darauf hindeuten, dass das Universum dich segnen wird. 1. Träume von Wasser Wasser ist ein starkes Symbol in Träumen und steht oft für Emotionen, Reinigung und Erneuerung. Wenn du von klarem, ruhigem Wasser träumst, deutet das darauf hin, dass du bald emotionale Klarheit und Heilung erfahren wirst. Dieser Traum deutet darauf hin, dass das Universum sich darauf vorbereitet, deinen Geist zu reinigen und dir Frieden zu bringen. Lena träumte davon, auf einem ruhigen See zu schwimmen. Sie hatte eine schwere emotionale Zeit durchgemacht und dieser Traum signalisierte ihr, dass sie im Begriff war, Frieden und emotionales Gleichgewicht zu finden. 2. Träume vom Fliegen Träume vom Fliegen sind aufregend und befreiend. Sie symbolisieren Freiheit, Ermächtigung und neue Perspektiven. Wenn du vom Fliegen träumst, deutet das darauf hin, dass das Universum im Begriff ist, dich in die Höhe zu heben und dir dabei hilft, dich von Beschränkungen zu befreien und die Dinge aus einer höheren Perspektive zu sehen. Mark träumte oft davon, durch den Himmel zu fliegen. Diese Träume fielen mit seiner Entscheidung zusammen, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen, was darauf hin deutete, dass das Universum seinen mutigen Schritt in Richtung Freiheit und Erfolg unterstützte. 3. Träume vom Finden eines Schatzes Einen Schatz im Traum zu finden, ist ein klares Zeichen dafür, dass das Universum im Begriff ist, Fülle und Wohlstand in dein Leben zu bringen. Dieser Traum deutet darauf hin, dass du kurz davor stehst, verborgene Talente oder Möglichkeiten zu entdecken, die zu finanziellem und persönlichem Wachstum führen werden. Lisa träumte davon, in ihrem Garten eine Truhe voller Goldmünzen zu finden. Kurz darauf erhielt sie ein Stellenangebot, das ihre finanzielle Situation erheblich verbesserte und sich mit der Botschaft des Traums vom bevorstehenden Überfluss deckte. 4. Träume von einem hellen Licht Ein helles Licht in ihrem Traum steht oft für Erleuchtung, Führung und göttliche Präsenz. Dieser Traum deutet darauf hin, dass das Universum im Begriff ist, deinen Weg zu erleuchten und dir Klarheit und Orientierung für deine nächsten Schritte im Leben zu geben. David hatte einen wiederkehrenden Traum, in dem er auf ein helles Licht in einem dunklen Wald zuging. Dieser Traum erschien ihm in einer Zeit der Ungewissheit und deutete darauf hin, dass Klarheit und Führung auf dem Weg waren. 5. Träume von einem Garten Gärten symbolisieren Wachstum, Fruchtbarkeit und Potenzial. Wenn du von einem üppigen, lebendigen Garten träumst, bedeutet das, dass das Universum deine Träume und Hoffnungen nährt und dich auf eine Zeit des Wachstums und des Wohlstands vorbereitet. Dieser Traum fiel mit ihrer Entscheidung zusammen, ein neues Unternehmen zu gründen, was darauf hindeutete, dass ihre Bemühungen Früchte tragen und zum Erfolg führen würden. 6. Träume von Tieren Tiere und Träume können verschiedene Qualitäten und Botschaften aus dem Universum darstellen. Freundliche und friedliche Tiere stehen für Schutz, Führung und Unterstützung. Dieser Traum zeigt an, dass das Universum dir Verbündete schickt, die dir auf deinem Weg helfen. Johannes träumte von einem majestätischen Löwen, der neben ihm herlief. Dieser Traum ereignete sich, als er vor großen Herausforderungen stand und zeigte, dass er die Kraft und Unterstützung des Universums hatte, um seine Hindernisse zu überwinden. 7. Träume vom Erhalt von Geschenken Geschenke im Traum zu erhalten, ist ein starkes Zeichen für Segen und Überfluss. Es deutet darauf hin, dass das Universum dir Möglichkeiten, Ressourcen und Unterstützung schenken wird, die dein Leben verbessern werden. Rachel träumte davon, ein schön verpacktes Geschenk von einem Fremden zu erhalten. Kurz darauf erhielt sie unerwartete finanzielle Hilfe von einem Freund, was sich mit der Botschaft des Traums über den bevorstehenden Segen deckte. 8. Träume von einem Regenbogen Regenbögen sind Symbole der Hoffnung, der Verheißung und der positiven Veränderung. Wenn du von einem Regenbogen träumst, deutet das darauf hin, dass das Universum dir nach einer Zeit des Kampfes oder der Entbehrungen einen positiven Ausgang zusichert. Er steht für Hoffnung und Neuanfang. Karl träumte von einem leuchtenden Regenbogen nach einem Gewitter. Dieser Traum fiel in eine Zeit, in der er einen persönlichen Verlust zu verkraften hatte und signalisierte ihm, dass bessere Tage und neue Möglichkeiten am Horizont zu sehen waren. 9. Träume von einer Brücke Brücken und Träume symbolisieren Übergänge, Verbindungen und Fortschritt. Wenn du davon träumst, eine Brücke zu überqueren, bedeutet das, dass das Universum dich durch einen bedeutenden Übergang führt und dir hilft, von einer Lebensphase in eine andere zu wechseln. Jane träumte davon, eine stabile Brücke über einen breiten Fluss zu überqueren. Dieser Traum ereignete sich, als sie eine größere Veränderung in ihrem Leben in Erwägung zog, zum Beispiel einen Umzug in eine neue Stadt, was darauf hindeutet, dass das Universum ihren Übergang unterstützte. 10. Träume von einem klaren Weg Ein klarer Weg in einem Traum steht für Klarheit, Richtung und Ziel. Wenn du davon träumst, auf einem klaren Weg zu gehen, deutet das darauf hin, dass das Universum dir einen geradlinigen und geführten Weg zu deinen Zielen und Bestrebungen bietet. Jessica träumte davon, auf einem gut beleuchteten geraden Weg durch einen Wald zu gehen. Dieser Traum erschien in einer Zeit beruflicher Ungewissheit und deutete darauf hin, dass sie auf dem richtigen Weg war und dass bald Klarheit herrschen würde. Die Verbindung mit deinem Guide, ein tieferes Verständnis. Dies sind nur einige Beispiele und die Deutung von Träumen kann sehr persönlich sein. Wenn du diese Traumthemen jedoch selbst erlebst, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass du aufmerksam bist und auf die positiven Botschaften vertraust, die sie enthalten könnten. Doch wie kannst du ein tieferes Verständnis für deine Träume und die Orientierung, die sie bieten, erlangen? Verbinde dich mit deinem Geistführer, ein mächtiges Werkzeug. Viele Kulturen glauben an die Existenz von Geistführern, wohlwollenden Wesen, die uns auf unserem Lebensweg begleiten. Diese Führer können uns Unterstützung, Weisheit und Schutz bieten und sie kommunizieren oft durch Träume mit uns. Wenn du neugierig bist, wer dein Geistführer sein könnte und wie du dich mit ihm auf einer tieferen Ebene verbinden kannst, klicke auf den Link in der Beschreibungsbox unten oder auf den Link, der im Kommentarbereich angeheftet ist, um dich mit deinem Geistführer zu verbinden. Deinen Geistführer zu kennen kann unglaublich wertvoll sein. Stell dir vor, du hast einen weisen und liebevollen Berater an deiner Seite, der dich durch Träume und Intuition ermutigt und leitet. Das Verstehen der Botschaften deines Geistführers kann dir helfen, die Herausforderungen des Lebens mit größerer Klarheit zu meistern und Entscheidungen zu treffen, die deinem Höchsten Wohl dienen. Das Universum spricht zu uns allen und Träume sind ein mächtiges Werkzeug, um seine Botschaften zu empfangen. Achte auf deine Träume, vor allem auf die, die positive Gefühle hervorrufen oder dich hoffnungsvoll stimmen. Diese könnten ein versteckter Segen sein, ein Flüstern von Glück und positiven Veränderungen, die kommen werden. Wir hoffen, dass dieses Video dich ermächtigt hat, deine Träume als Botschaften des Universums zu deuten. Wenn dir diese Traumdeutungen gefallen haben und du mehr über Traumsymbolik und die Verbindung mit deinen Geistführern erfahren möchtest, gib diesem Video bitte einen Daumen nach oben und ziehe in Erwägung, unseren Kanal für weitere aufschlussreiche Inhalte zu abonnieren, um dich mit dem Fluss des Universums in Einklang zu bringen. Teile dieses Video mit jedem, den du kennst und der vielleicht nach Führung durch das Universum sucht. Gemeinsam können wir lernen, die Einflüsterungen unserer Träume zu verstehen und den Weg des Lebens mit größerer Klarheit und Zielstrebigkeit zu gehen. Denke daran, dass das Universum immer über dich wacht und dir auf unerwartete Weise Segnungen und Gelegenheiten schickt. Öffne dein Herz für die Botschaften in deinen Träumen, vertraue deiner Intuition und lass dich auf die wunderschöne Reise des Lebens ein, die sich vor dir entfaltet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017